Ja, wir sind auf der Flucht. Die haben uns gefangen genommen und uns gequält und wollten uns töten und jetzt müssen wir hier raus. Die, das sind die Jungs von Abby. Oh, das ist scheiße. Ach so, das ist unsere Trulla. Nee, doch nicht, ist sie doch nicht. Von allen Seiten kommen die hier. Alter, Belly. Alter. Ach, Schitter. Schitter. Ich wollte wieder alles. Ja, so wird das nix, Freunde. Man muss hier wirklich Stealth machen. Nicht, Schitter. Zeit was die Räume. Auch. Ah. Schleich hier einfach mal vorbei. So wird das doch nix, Freunde. So wird das nix. Da müssen wir anders vorgehen. Also es ist nicht unf... Ich sehe drei Leute. Einer weniger. Boah, voll die Schießerei jetzt hier. Wieder eine weniger. Okay, Medikit. Nein. Also, Belly, wie gesagt, ich sie ab... Ob ich hier noch was finde. Oh Gott, ey. Tut's so gar nicht, ey. Quack, quack, was? Oh, ey, die Belly. Ich versuche das immer wieder, weil das Zielen irgendwie zu lange dauert, meiner Meinung nach. Ich versuche das Zielen. Ich versuche das Zielen. Ich versuche das Zielen. Ich versuche das Zielen. Alter, ich habe kaum noch Schüsse. Ich versuche das Zielen. 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 Oh, tja. Rechts von uns! Wo ist sie denn da? Das habe ich gehört. Scheiße. Okay. Mann, 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 Mann. Also so schlecht war ich ja schon lange nicht mehr. Tauben. Ja, Leute. Gar nicht mal so einfach hier. Also Harakiri ist nicht angesagt. Aber wir probieren halt alles, um da durchzukommen. Was nicht so einfach ist, Leute. Hier ist eine Tür. Kommen wir da rein? Ja, gekommen. Oh, shit. Oh, viel zu viel Zeug hier. Viel zu viel Zeug, Freunde. Oh, Gott. Äh, was ist das? Tötet ab hier alle Eindringen. Ich schicke zusätzliche Einheiten, um die andere Frau zu finden. Kommt abends in die Basis zurück. Bringt alle verfügbaren Vorräte mit. Hm. Was ist mit Tommy? Seltsam. Okay. Ich kann noch eine Schockgranate machen. Fuck. Ich kann noch eine Schockgranate machen. Ich hätte da so eine Idee, Leute. Ich kann ja alles mitnehmen, was man hier findet. Aber nicht ohne ein paar Munitionsgedönse. Gedönse. Oh, der Junge hatte auch eine Waffe. Geil. Ja, ich hab's gesehen, da lach was. Aber wir kriegen ja viel zu viel Zeugs. Cool. Oh, nein. Okay, sieht gut aus. Ja. Scheint okay zu sein. Gut. Schau mal her. Sie gehört zu dir. Sie gehört zu denen. Dann scheiß auf sie. Lies den Brief. Jordan. Jordan. Isaac lässt uns für zwei Wochen beim TV-Sender Wache schieben. Skars wurden dort gesichtet. Hier ist etwas zur Erinnerung. Näher. TV-Sender. Meinst du, sie ist noch da? Wir müssen's rausfinden, oder? Also. Es ist bei diesen hohen Gebäuden. Da lang. Oh, Mann. Wollen wir uns, Lea? Das ist eigentlich nicht die Richtung, die ich wollte. Ich wollte zum Vergnügungspark, aber naja. Lea. Wollte aber hier nochmal einmal alles durchgucken. Wer rennt denn da schon wieder weg? Na geil, die ist schon wieder nach unten gejogelt, ey. Es gibt Barbecue. Alles klar? Ja. Das Wetter ist nicht so schön. Ich dachte schon, dass das aus. Übrigens, danke für die Rettung. Na klar. Was ich mich nur frage, Freunde, ist, wo ist Tommy? Wir waren ein paar, die versucht haben, mich auszuräuchern. Wie viele? Bin an zwei vorbeigekommen. Aber da waren mehr. Soweit sie merken, wir sind aus der Schule raus. Und dass ihre Freunde tot sind. Werden sie nach uns suchen. Dass die einfach so angegriffen haben. Diese Leute sind nicht wie wir. Was, wenn wir Flüchtlinge wären? Was, wenn wir brauchbare Infos hätten? Scheint denen alles egal zu sein. Das frage ich mich auch. Das frage ich mich auch. Äh... Mal sehen. Ich halte die Augen offen. Scheuss. Was meinst du, warum ich angeln gehe? Nicht. Was ist passiert? Vielleicht lässt du ihn. Guck mal. Ist alles klar? Ich sehe nichts. Ich habe Sichtkontakt. Da unten. Wer hat sich Kontakt? Alter, von hinten. Alter, von hinten. Alter, von hinten. Von hinten. Ich glaube das nicht. Okay. Äh ... Die sind da drüben! Wo sind sie? Der Wiesabzug, wir haben sie nicht gekommen. Ich weiß, dass du da bist. Ach ja? Leute. Ich will nichts sagen, aber das ist schon echt haarig. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Erstmal tschau.